Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute habe ich eine große Ankündigung, die mein Leben und diesen Kanal grundlegend verändern wird. Einige von euch haben vielleicht gemerkt, dass die letzten Monate nur sehr unregelmäßig neue Videos kamen. Der Grund dafür ist, dass sich in meinem Privatleben einiges verändert hat, weshalb es nicht immer leicht war, hochwertige Videos zu produzieren. Die letzten zehn Jahre meines Lebens waren geprägt von Arbeit und Sicherheit. Ich habe mich neben meiner Vollzeitstelle noch selbstständig gemacht und nahm etliche Minijobs und Auftragsarbeiten an. Ich hatte eine eigene Wohnung und investierte immer mit dem Gedanken an eine potenzielle Zukunft. Der typische German Way of Living sozusagen. Unzählige Stunden Lebenszeit flossen damals vor allem in Arbeit. Zeit, die ich nicht in mich und meine mentale Gesundheit investiert habe, was ich später rechnen sollte. Ich möchte nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber mit 24 wurde ich ziemlich krank und musste gezwungenermaßen eine Auszeit nehmen. Ich hatte das Glück, schnell Hilfe zu bekommen. Dennoch dauerte es fast ein gesamtes Jahr, bis ich wieder bereit für einen geregelten Alltag war. In dieser Zeit habe ich unwahrscheinlich viel über mich und das Leben gelernt und ich bin rückblickend sehr dankbar für diesen Weckruf, auch wenn es vielleicht die schlimmste Zeit meines Lebens war. Die Rückkehr in mein altes Leben war nicht leicht und seither auch nie zu 100 Prozent möglich, aber verlief den Umständen entsprechend gut. Doch die letzten Monate waren ein Rückschlag. Ein unfreiwilliger Jobverlust, Zukunftsängste und das Gefühl, die letzten Jahre irgendwie was verpasst zu haben, haben mir schwer zu schaffen gemacht. Dieses erneute Triggern von diesen Ängsten hat mich dazu gebracht, zu reflektieren und meine alte Lebensweise zu überdenken. Und ich habe eine wichtige Entscheidung getroffen. Die Entscheidung, einen meiner größten Lebensträume zu verfolgen. Ab September werde ich gemeinsam mit Elise das vielleicht größte Abenteuer meines Lebens antreten. Wir werden für unbestimmte Zeit auf Reisen gehen. Ein klares Ziel gibt es nicht, ein Enddatum auch nicht. Nur eine Richtung. Süden. Und ihr sollt natürlich mitkommen. Gemeinsam werden wir die Herausforderungen und Freuden des Vanlives erleben, atemberaubende Lost Places erkunden und die schönsten Flecken dieser Erde exploren. In der neuen Serie The Great Escape. Geplant ist aktuell, wöchentlich eine neue Folge hier auf diesem Kanal zu veröffentlichen. Immer freitags um 18 Uhr. Das Ganze wird in einer Premiere mit Live-Chat passieren, wo man sich auch noch mal ein bisschen austauschen kann. Würde mich freuen, euch dort zu sehen. Da die gesamte Reise sehr Freestyle sein wird, kann es aber natürlich sein, dass sich unterwegs der Uploadplan mal noch ändert. Es kann also sein, dass man nur alle 14 Tage ein Video kommt. Dann sage ich euch aber auf jeden Fall rechtzeitig Bescheid. Also schnallt euch an und folgt mir bei dieser Reise. Danke, dass ihr mich auf diesem Weg unterstützt. Abonniert gerne diesen Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts von diesem Abenteuer verpassen wollt. Seid ihr genauso aufgeregt wie ich? Dann lasst dem Video gerne einen Daumen hoch da und schreibt mir eure Meinung in den Kommentaren. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, bleibt sauber!